Okay, kann ich nicht? Ja, sehr gerne. Kann ich? Nein. Und hier? Auch nicht. Ah, scheiß mich anhand. Ich muss doch irgendwie einen Weg geben hier, verdammt nochmal. Ah, meine Ausrüstung liegt da unten. Ja, ich glaube... Ah, da unten ist da noch ein Typ. Oder ein Weiner, weiß nicht. Ich spring runter und kurz vor dem Aufprall teleportiere ich mich irgendwo hin. Okay. Ah, was? Das sollte doch funktionieren. Rein physikalisch. Tja, in dem Fall nicht, ne? Schade. Okay. Na gut, wenigstens sind wir jetzt etwas schleuer und machen das nicht nochmal. Aber... Na ja. Hm. Wie komm ich denn... Ah, verdammte Kacke. Okay. Sprache, einen verdammten Tank. Die verdammten Tank sind hier hinten. Natürlich komm ich... Irgendwie... ...nicht rein. Außer von oben, irgendwie. Oder mit einer Ratte. Haben wir Ratten gesehen? Nein, hier hat es keine Ratten. Natürlich hat es hier keine Ratten. Natürlich hat es hier keine Ratten. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch hier machen. Ach, schade für mich. So... und so... und... ...wieso komm ich so... ...so... ...und dann hier die Karte... ...die Karte mitnehmen. So... Okay... ...den Weg vorschlagen geht auch nicht. Wir sind weggefangen. Mann! Oh, komm schon. Gibt's nix, keinen Ausweg. Was? Oh, okay. 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 Come here. Duach. So... Huh. Uh-huh. So... Huh-huh. Mein Freundin, kurz vor der Verzweiflung. Scheiss mich an. Ich muss doch... Hey, kann ich dich... Ah, kann ich... ...kann ich hier hoch? Das bringt mir eigentlich auch nix, oder? Bringt mir nix, Obelix! Kacke! Ich komm niemals da hin. Was mach ich denn bloß? Leeren Tanker wurde ich, leeren Tanker wurde ich. Ah, scheiße. Ah, ich kann nicht auf die Ohre klettern. Nein. Kann nicht. Hier hochklettern und dann, keine Ahnung. Dann die nächste Enttäuschung erleiden. Okay, dann den Tanker klettern und dann auch nix. Ich hab keine Ahnung. Das ist doch voll wies, ey. Das ist doch voll wies, ey. Okay, jetzt, äh, jetzt, 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 ähm, immer noch hartlos. Okay, aber... Nein. Uh, nicht so weit nach vorne lehnen. Ich kann mich irgendwo teleportieren. Okay. Ich probier's. mich einfach mal runter zu teleportieren. Sollte ja rein theoretisch gehen wie vorhin. Nur diesmal komm ich hoffentlich leben dann. Ja. Ich lebe tatsächlich. Ich lebe. Nein. Ich lebe. Geschnetzeltes hier. Okay. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Wir klauen die zwei Typen noch. Was plätschert hier so? Aha. Okay. Was haben wir hier? Haben wir sonst noch was? Nein. Nicht, dass wir hier etwas verpassen. Okay, trifft das Seil bitte. Die Kette. Hey, ein... Ein Rad. Räder sind da, um zu drehen. Dann, ähm... Drehen wir mal. Drehen wir eine Runde. Okay, nun wären wir beim Vordereingang. Das ist gut. Denn wahrscheinlich muss ich den Tank von draußen holen und ihn dann hier hineinbringen. Meine Ausrüstung ist natürlich bei diesen Weinern. Naja, die Nick Schöneres ist, als Weinern zu zerstören. Und das mit Stil. Von oben. Ach so, ja, das war ich. Okay, ihm. Adrenalin. So. So, so, so. Ah, ist das schön. Du. Mein Gott. Okay. Schönes Ding. Nun haben wir wieder. Mein Zeug. Ist gut. Ist ganz gut. Nochmal kurz schauen, ob es hier noch was nützlich ist. Rummling. Ah. Jawoll. Dich brauche ich. Ich brauche ich. Ähm. Wie komme ich jetzt wieder? Ja. Treppe. Treppe, treppe, treppe. Treppe, treppe. Treppe, treppe. Wie komme ich jetzt ganz nah? Außenrum. Ich muss. Außenrum. Nein, ich brauche das Teil hier gar nicht mehr. Ich gehe zum Bahnhof. Hier habe ich nichts mehr verloren. Ey, was ist? Du liegst ein wenig blöd da. Und wieso? Was leuchtest du so? Ah, ist doch klar, dass das verschlossen ist. Ups. Kann ich oben lang? Ja. Oh. Gut. Schon wieder ein Weiner. So. Hier unten ist nichts. Ah doch. Hey Freddy. Er hat es nicht geschafft. Wieso? Seid ihr tot? Wegen den anderen Typen? Habt ihr Beute dabei? Nicht mal Beute. Mann, Mann, Mann. Was seid ihr für Gegenteil? Ja gut, dann auf los geht's los. Einen anderen Weg gibt's ja nicht. Gehen wir rein in die Höhle des Löwen. Flusskriecher sind Mollusken, deren Panzer wertvolle Perlen enthalten. Okay. Diesen verdammten Dott erschlagen wir zu Brei. Zuerst mal einen Schluck trinken hier. Schon wieder ein toter Gegner. Tote Gegner sind freundliche Gegner. Granaten. Wieso? Dein Blut? Okay. Wow. Oh Gott, die Scheiße. Ich darf es nicht. Die Typen hinterlassen definitiv ihre Spuren. Und die Rauben. Warte, ich will sehen, was auf mich zukommt. Die Pistole. Die Pistole. Die Pistole. Die Pistole. Die Pistole. hier ist die Show vorbei wir haben den Bahnhofschlüssel das ist ja praktisch ok ich glaube ich brauche verdammt viel Munition weil bei jeder Leiche liegt eine Pistole und Kugeln und Granaten aber das habe ich ja zum Glück alles zu haufen ich gehe mal nicht uiuiui ok die sind jetzt einfach gleich gut wie ich hm so aber ich bin besser ha 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 ups so ich habe jetzt auch kein Problem mehr und weiter geht's was oh nicht noch ein Gegner ich höre nur immer ein Rauschen von diesen Vollpfosten ich sehe keine ich habe den Bahnhofschlüssel benutzt macht auch Sinn ok ok die sind echt fies den werfe ich glaube ich einige Male ja hier brauche ich die Ganaten hm 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 ja 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 ja